Hallo und herzlich willkommen zu MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast. Von und mit Nele Hanswerker. Heute in Folge 30 geht es um die Symptome der MS. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die Symptome der MS. Und ich habe mir diese Folge überlegt, weil ich möchte, dass du da draußen weißt, wann du eventuell Acht geben musst. Vielleicht bist du selbst betroffen, vielleicht gehörst du aber auch zu den Angehörigen und möchtest wissen, ab wann du vorsichtig sein solltest. Denn es ist immer wichtig, bei einem echten Schub natürlich reagieren zu können, abzuwägen. Ob es wichtig ist, eine Cortison-Stoß-Therapie zu machen oder auf irgendeine andere Art einzugreifen. Oder vielleicht zumindest sich viel Ruhe zu gönnen, zu entspannen, versuchen den Stress rauszunehmen oder irgendwelche Faktoren, die die MS noch befeuern. Und deshalb ist es eben wichtig, dass du weißt, welche Symptome können Teil der MS sein. Aber natürlich können das auch immer Pseudoschübe sein. Also das ist ja sehr vielfältig. Und die MS heißt nicht umsonst die Krankheit der tausend Gesichter. Denn auch die Symptome sind sehr, sehr vielfältig. Und gerade zu Beginn, also ich möchte mal damit beginnen, womit kann so eine MS anfangen? Denn das Krankheitsbild wird hinten raus vielfältiger. Aber zu Beginn sind ganz typische Symptome Sensibilitätsstörungen, Bewegungsstörungen, Sehstörungen und Fatigue. Und was sind jetzt genau Sensibilitätsstörungen? Also dazu gehört eine Taubheit, die kann an den verschiedenen Gliedmaßen sein, die kann auch am Rumpf sein. Also ich hatte da schon eine Taubheit mal im rechten Arm. Die ging von den Fingern quasi zum wie oberen rechten Quadranten meines Rumpfes, meines Körpers sozusagen. Und da fühlte es sich so an, als ob ich da wie so Schaumgummi drüber habe. Also ich habe noch gemerkt, wenn eine Berührung war. Aber das war ganz, ganz doll gedämpft. Und das war gar nicht schön. Es kann aber genauso sein, dass du ein Kribbeln verspürst. Kribbeln hatte ich persönlich nicht. Ich meine, das ist so ein bisschen wie wenn da ganz viele Ameisen langkrabbeln. Also das habe ich zumindest schon öfter gelesen, hatte ich aber selber noch nicht. Oder es kann auch ein brennender Schmerz sein oder ein starker Schmerz. Also ich habe von diesem Taubheitsgefühl zurückbehalten irgendwie, dass ich manchmal so einen Schmerz in der Hand habe. Der ist jetzt nicht so schlimm. Aber ein aktiver Schub wäre also mehr so ein brennender Schmerz. Und um nochmal zu definieren, was genau ist ein Schub? Ein Schub definiert man eigentlich, dass es 24 Stunden anhält. Gerne auch länger, aber 24 Stunden mindestens anhält. Also wenn was ganz kurz auftritt, dann zählt man das eigentlich nicht als einen Schub. Beeinträchtigte Bewegung. Dazu gehört, dass du also eine Schwäche haben kannst in den Arm, in den Hand, in den Beinen. Dass du irgendwas nicht mehr richtig greifen kannst, dass es dich da wieder verlässt. Dass du eine Steifheit hast. Das kann auch zu einer Muskelsteifheit führen, dass du ungeschicklich bist. Also ich lasse auch mal sowas fallen. Da habe ich schon immer irgendwie mal Sachen aus Versehen zerdeppert oder bin irgendwo herangestoßen. Das liegt aber eher daran, dass ich an so viele Dinge gleichzeitig denke, dass ich dann manchmal schon sozusagen der Bewegung vorauseile in meinem Kopf und deshalb ungeschicklich bin. Sowas ist natürlich nicht gemeint. Sondern, dass du wirklich Dinge, die du normalerweise kannst und die nicht jetzt einmal kurz, du bist gedanklich abgelenkt. Sondern du bist wirklich stark auffallend, anders als sonst ungeschickt. Und Probleme beim Gehen können auch dazugehören. Dass also zum Beispiel irgendwie du eine Fußhebeschwäche oder sowas hast. Also dass du ständig stolperst, wenn das vermehrt auftritt, dann sollst du vielleicht auch nachfragen. Also nicht gleich in Panik verfallen, aber einfach nachfragen und im Kopf haben. Das kann ein Symptom der MS sein. Und du solltest auch immer daran denken, gerade am Anfang passiert ganz viel von der MS im Verborgenen. Deshalb bitte nicht denken, bloß weil du kein Symptom hast, dass die Krankheit ruht. Also das bitte immer überprüfen lassen. Das immer mit dem Neurologen zusammen checken in Form von Tests zu deinem Sehentest. Zu den Reflexen, MRTs und auch möglichst irgendwie einem Abgleich deiner Psyche. Aber wenn du also was Komisches hast, sprich deinen Neurologen an. Frag telefonisch nach, frag per E-Mail nach. Lass dir einen Termin geben, damit du einfach schnell weißt, was los ist und gegebenenfalls eine Therapie anpassen kannst oder eben eine kurzzeitige Stoßtherapie machen kannst. Das ist schon wichtig. Ja, dann gehören die Sehstörungen dazu. Dazu gehören also Doppelbilder. Das hatte ich persönlich noch nie, aber da siehst du also mit mehr oder weniger starken Versatz alles doppelt. Das kann eine verschwommene Sicht sein. Das war bei mir. Und eine verringerte Farbwahrnehmung, das hatte ich auch schon. Also da wurde aus einem knalligen Rot, wurde mehr so ein Rosa. Und als ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich das Gefühl gehabt, mein eines Auge ist auf einmal anders gefärbt als das andere. Es lag aber einfach daran, dass ich auf dem einen Auge nicht mehr so viel Farbe gesehen habe. Und da wurde also mein rehbraunes Auge zu einem ganz hellen Braun. Das war schon sehr komisch und auch sehr gruselig. Und die verschwommene Sicht ist auch leider nicht mit Brillengläsern weggegangen. Also ich trage keine Brille, aber damals in der Klinik wurde überprüft, ob sozusagen eine, einfach irgendwie meine Sehstärke nur schlechter ist. Aber diese verschwommene Sicht, die wurde eben auch durch positiv und negative Dioptrien, konnte da nicht irgendwie was verändert werden. Und die Fatigue, das ist vielleicht das schwierigste, zu fassendste, eine schnelle körperliche und geistige Ermüdung. Das ist eben auch deutlich über die Maßen hinaus. Also ich habe neulich mit einer anderen MS-Betroffenen gesprochen und die meinte, dass sie eben mal bei einem Schub wirklich 18 Stunden am Tag geschlafen hat. Das ist eine extreme Müdigkeit und dass sie schon das Ausräumen vom Geschirrspüler so massiv angestrengt hat, dass sie sich danach erstmal ausruhen und hinlegen musste. Also sowas ist da gemeint. Das ist nicht, du hast einen langen, stressigen Arbeitstag und du bist fertig und müde oder du bist vielleicht gerade nicht glücklich und dann bist du ja auch fertig und müde oder es ist Winter. Sowas ist nicht gemeint, sondern es ist schon ein deutlicher Unterschied zu einer normalen Müdigkeit, so eine Fatigue. Dann bitte, bitte immer zum Arzt gehen, nachfragen und nicht das Ding aussitzen. Das ist eine blöde Idee, das auszusitzen. Das würde ich nicht machen. Heißt ja nicht, dass du irgendwas nehmen musst, aber dein Arzt sollte Bescheid wissen. Also wie gesagt, bei mir ging es damals mit Sehstörungen los und ich hatte aber auch schon mal einen Schub oder Pseudoschub. Im MRT wurde damals nichts gefunden. Der war jetzt nur mit Sensitivitätsstörungen. Da hat mir ein Arzt zum Beispiel empfohlen, keine Cortison-Stoßtherapie zu machen, weil Cortison ja auch Nebenwirkungen hat. Und der Schub jetzt nicht in dem Sinne gefährlich, dramatisch war, dass man hätte die Einnahme von Cortison, also dass das gut gewesen wäre, das sozusagen im Abwägen. Aber es sollte dein Neurologe Bescheid wissen. Ja, dann über die Jahre kann es natürlich sein, dass die, oder es ist in der Regel so, dass die Symptome vielfältiger werden, je nachdem auf welche Areale vom zentralen Nervensystem die MS zuschlägt, eingreift, aus, sich auswirkt. Und wo die Entzündungen sind, welche Areale also betroffen sind. Und da gibt es dann ganz vielfältige Sachen. Also für viele zum Beispiel wird auch die Psyche mit betroffen sein. Da können Depressionen dazugehören. Wenn du da Tipps willst, dann kann ich dir die Caro empfehlen von FrauenpowertrotzMS. Die ist bei Instagram, also das ist ihr Name bei Instagram. Ich werde sie hier auf jeden Fall auch mal in einem Interview begrüßen. Und die Caro kennt sich damit ganz gut aus mit Depressionen und ist da auch ein großer Mutmacher, wie man irgendwie damit klarkommt. Ich hatte es zum Glück nicht. Insofern kann ich dir aber auch nicht so richtig Tipps geben. Aber ich werde sie hier mal in die Show einladen. Dann könnte Angststörungen dazugehören. Halt immer über die normalen Maße hinaus. Wenn du jemand Ängstliches bist und gerade durch bestimmte Faktoren, die du auch früher schon hattest, wieder Angst hast, dann ist es das vielleicht nicht. Aber wenn du eigentlich nicht der Typ bist und auf einmal Angststörungen hast, solltest du oder wenn es eben um deine Angehörigen geht, deine Angehörige, deine Angehörigen, dann solltest du auf jeden Fall dir mal nachschauen, ob da irgendwie ein Problem vorliegt und das vielleicht mal gegenchecken und das mal hinterfragen. Plötzliche Weinanfälle, also ich war, mittlerweile bin ich, ist meine Tochter fast anderthalb Jahre, aber in der Schwangerschaftsphase gab es das natürlich auch mal. Irgendwie ein, zweimal hatte ich das, dass die Hormone zugeschlagen haben, sowas ist natürlich auch nicht gemeint. Aber wenn du also völlig aus der Kalten und es nicht hormonell erklärbar ist, weil du gerade schwanger bist oder weil du entbunden hast und diese nach der Entbindung kleinen Depressionen hast, wenn das also nicht erklärbar ist, auch dann bitte nachfragen. Und auch so eine emotionale Instabilität, also wenn du nicht dazu neigst und das auf einmal ganz stark der Fall ist oder wenn du medikamentös gut eingestellt bist und das ist trotzdem auf einmal der Fall, dann immer lieber einmal mehr nachfragen. Ich bin mir sicher, dein Neurologe wird das auch gar kein Problem damit haben, falls du vorsichtshalber am Anfang gerade vielleicht der Krankheit stehst oder eben zumindest noch nicht oft mit diesen Symptomen zu tun hattest. Der wird damit kein Problem haben, der wird das ernst nehmen. Wenn er es nicht ernst nimmt, dann sollst du den Neurologen wechseln, dann ist es sicherlich nicht der Richtige. Aber vorsichtshalber immer nachfragen, wenn dir was sehr komisch vorkommt und das völlig anders ist, als deine Psyche normalerweise ist. Dann haben wir natürlich das große Feld der Bewegung. Bei der Bewegung zählen also Schwindel dazu. Das haben relativ viele, hatte ich zum Glück noch nicht, aber Schwindel ist schon was Blödes. Das beeinträchtigt ja in vielerlei Hinsicht. Man kann es natürlich auch von anderen Dingen her haben. Also Schwindel ist nicht so was Spezifisches, was jetzt nur Leute mit MS haben. Meine Mama hatte das auch mal nach einem Skisturz und hatte damit monatelang zu tun, bis dann irgendwie ihr Gleichgewichtssinn sich wieder eingepegelt hatte. Aber kann eben zur MS gehören. Dann Tremor, also dieses Zittern, ganz typisch von der Hand. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch in anderen Gliedmaßen sein kann. Ich habe im Kopf dann immer Zittern der Hand. Gleichgewichtsstörung, also der Gleichgewichtssinn kann halt beeinträchtigt sein. Eine Muskelsteife oder auch schmerzhafte Muskelverkrampfungen, sogenannte Spasmen. Die können da auch dazu zählen und da kann man eben dann auch viel mit Physiotherapie oder so machen. Also da auch an erster Stelle würde ich mich immer erstmal an den Neurologen also wenden. Und der kann sich dann sicherlich, kann dir Sachen weiterempfehlen und eventuell eben auch Physiotherapie oder anderes verschreiben, was da Sinn macht. Yoga ist da auf jeden Fall eine gute Sache, die hilft, die hilft bei solchen Verspannungen, bei solchen Steifigkeiten. Die hilft dann auch schneller wieder zurückzufinden zu den eigentlichen Koordinationsstörungen, dass du also die Bewegung nicht so ausführen kannst, wie du das möchtest. Quasi ähnlich, wie du es vielleicht kennst, wenn du schon mal irgendwie betrunken warst, doll und da nicht richtig koordinieren konntest. Das gleiche, bloß leider ohne Alkohol, das kann also dazugehören. Und natürlich auch Lähmungen leider, also ist jetzt nicht das Häufigste, aber Lähmungen kann es auch geben. Dann, ich vermute, da würdest du immer sofort nachfragen, aber ich will eben bloß, dass du hier Bescheid weißt, was für Sachen sein können. Und bei den Sehstörungen kann es einen Augenbewegungsschmerz geben, hatte ich zum Glück noch nicht, habe es aber schon öfter mal von anderen gehört, dass sie sowas hatten. Verlust der Sehkraft, da vermute ich, wirst du dich auch sofort melden, da ist es auch wirklich wichtig, ganz schnell zu reagieren. Also wenn du irgendwie Verlust an Sehkraft hast, dann ganz schnell zum Neurologen, wenn irgendwie, keine Ahnung, Feiertage sind oder was auch immer. Dann bitte zur Notaufnahme dich melden, sagen, hey, ich habe MS, dass die sofort dagegen vorgehen können, weil das ist was, wo man ganz schnell agieren muss, das sollte man nicht aussitzen. Das ist zu gefährlich, dass dann eventuell eine Einschränkung zurückbleibt. Doppelbilder können eben auch im späteren Verlauf passieren und zu den anderen Beeinträchtigungen zählen Schmerzen allgemein. Also ich habe da ab und zu ein bisschen was in den Händen, das ist nicht schlimm, aber es hat mit Sicherheit mit der MS zu tun. Dann die Fatigue, die betrifft viele und da hilft eben zum Beispiel Yoga dagegen, viel trinken, gesunde Ernährung, ausreichend ausruhen. Dann zum Beispiel im Sommer, wenn die Fatigue dich trifft, also ich habe im Sommer große Schwierigkeiten, wenn es sehr heiß ist, genügend Energie und Kraft zu haben. Da ist Kühlen wichtig. Wir haben uns jetzt eine Klimaanlage gekauft, ist natürlich nicht umweltfreundlich, weiß ich auch. Aber eine Kühlweste habe ich jetzt schon von vielen gehört und werde ich auf jeden Fall auch mal über die Anschaffung einer Kühlweste nachdenken. Kenne mich da noch nicht aus, wenn wir da irgendwie mal Fachwissen ranholen. Aber noch kann ich es dir leider nicht so weitergeben, kann bloß sagen, okay, es gibt Kühlwesten und ich habe auch schon gehört, dass es sich lohnt, in eine gute zu investieren und nicht eine günstige, weil man da eher zweimal kauft. Dann weitere mögliche Einschränkungen sind kognitive Beeinträchtigungen. Da hatte ich ja auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, was man also an Gehirnjogging machen kann, sowohl in spielerischer Form von kleinen Programmen, wie zum Beispiel dem Neuronischen, was ich spiele. Aber da hat er auch die DMSG-Sachen, da haben auf jeden Fall auch verschiedene Anbieter von Medikamenten so kleine Programme, wo man Sachen trainieren kann und dafür gar kein Geld ausgeben muss. Oder du lernst ein neues Instrument oder gehst tanzen oder eine neue Sprache oder beschäftigst dich mit irgendeinem anderen neuen Hobby. Also da am besten immer trainieren, trainieren, trainieren. Alles, was trainiert wird, wird weniger schnell geschwächt und man kommt auch viel schneller wieder zurück zu dem Alten, was man hatte. Eine Temperaturempfindlichkeit. Keine Ahnung, ob ich die habe, kann sein. Also ich verkrafte auf jeden Fall. Ich muss immer ganz schnell meine Sachen wechseln. Also mein Freund behält viel länger irgendwie den warmen Pulli an, wenn wir irgendwo reingehen und muss auch nicht so schnell, keine Ahnung, die Jacke drüber ziehen. Ich bin auf jeden Fall temperaturempfindlich. Also ich muss über Kleidung das immer ein bisschen anpassen, muss schnell den Pulli ausziehen, weil mir zu warm ist und ziehe mir dann die Jacke drüber, weil es mir zu kalt ist. Aber das kann auch eine Frauensache sein. Das muss nichts mit DMS zu tun haben. Schlafstörungen können dazugehören. Die haben natürlich viele Leute auch an sich im späteren Verlauf ihres Lebens. Also meine Oma, die Uroma meiner Tochter, mittlerweile 94 Jahre, die hat Schlafstörungen und die hat das auch schon seit längerer Zeit. Das ist relativ normal, dass Menschen im späteren Verlauf des Lebens das haben, weil einfach irgendwelche chemischen Prozesse, die da im Körper ablaufen, dann nicht mehr ganz so optimal funktionieren, weil man sich vielleicht nicht mehr so stark ausarbeitet, weil man sich vielleicht mehr Gedanken macht. Also da immer gucken, was ist normal, was ist vielleicht normal in dem Alter, bevor du jetzt irgendwie da in Panik verfällst. Ich will dir bloß sagen, ist auch eine mögliche Sache. Es gibt Sprachstörungen. Das habe ich auch schon mal von einer lieben Bekannten gehört, dass sie temporär da dachte, sie redet völlig normal, aber es war nicht mehr verständlich. Also ihr Mann hat sie dann auch irgendwie in die Notaufnahme gebracht, weil er sich große Sorgen gemacht hat, aber sie hat es selber gar nicht mitbekommen. Das war irgendwie eine komische Sache. Hatte ich bloß von den beiden gehört. Die hatten es berichtet, also sowohl sie als auch ihr Mann sozusagen von der anderen Seite. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was sein kann. Schluckstörungen, das war früher gefährlich. Also ich weiß, dass wenn früher Leute an MS gestorben sind, dass das manchmal so eine indirekten Sachen waren, dass man nichts gegen die Schluckstörungen unternommen hat und die also nicht an der MS als solches gestorben sind, aber einfach an dem Problem, die man da nicht in den Griff gekriegt hat. Da muss man auf jeden Fall auch vorsichtig sein. Ist aber in der Regel bei den stärkeren Verläufen. Also zum Beispiel bei so einer primär progredienten MS ist das, glaube ich, eher ein Problem. Zumindest habe ich das bei den amerikanischen Podcasts mal gehört, dass dann die Frau von dem Mann, der den Podcast durchgeführt hat, da auch ganz starke Schluckstörungen hatte, aber die hatte eine sehr intensive MS. Die haben zum Glück, zum Glück, zum Glück ganz wenige Menschen. Störung der Sexualfunktion, das haben aber auch andere Menschen. Also das ist immer, das finde ich dann schwierig abzugrenzen. Das kann natürlich mit der MS zu tun haben, ist aber einfach ein typisches Problem, was, glaube ich, in der Gesellschaft in der Regel nicht besprochen wird und man dann vielleicht bei Menschen mit einer Erkrankung aufnimmt. Aber ich glaube, das haben einfach ganz viele. Es ist eben bloß so ein Tabuthema, wird nicht drüber gesprochen. Kann aber eben mit der MS zu tun haben, einfach auch wegen den Empfindungsstörungen. Dann Blasenprobleme ist leider, ja, ein Problem ist natürlich nicht schön und genauso Verdauungsprobleme. Aber wie gesagt, also ich habe jetzt hier einmal alles aufgezählt. Ich hoffe, du kriegst jetzt nicht Angst. Mir ging es bloß darum, es ist sehr, sehr vielfältig. Achte drauf, wenn dir etwas komisch vorkommt und das ganz anders ist als sonst und irgendwie eins dieser vielen, vielen genannten Symptome ist, dann frag ruhig mal bei deinem Neurologen nach. Wenn es länger als 24 Stunden anhält, bei Sehstörungen bitte schneller reagieren. Also wenn du nicht jetzt schon mal, wenn ich zum Beispiel müde und fertig bin, dann habe ich durchaus für mehrere Stunden an dem Abend eine nicht so gute Sicht, weil sich einfach das alte Symptom wieder meldet, also dieses Uta-Phänomen. Da mache ich mir aber keine Sorgen, weil ich weiß, okay, der Sehnerv, also die Myelinschicht, die ist da ein bisschen geschädigt. Und wenn ich fertig bin und müde und angestrengt, dann zeigt sich, dass das eben nicht komplett ganz wieder repariert wurde. Also wenn ich fit bin, dann habe ich 100 Prozent Sehkraft, aber wenn ich müde bin, ist die eben etwas reduziert. Das ist aber gar kein Problem, das ist auch keine Gefahr, da ist nichts Schlimmes dabei. Und da musst du halt immer abwägen, okay, hattest du schon mal so einen Schub und es melden sich bloß alte Symptome, wie auch eben bei mir so diese kleinen Schmerzen in der Hand, die sind auch nicht schlimm, die sind in keinster Weise schlimm. Schön finde ich es natürlich nicht, weil sie mich eben daran erinnern, dass ich die MS habe, aber das weiß ich so oder so. Ich muss mich ja alle dreimal die Woche spritzen, also insofern vergesse ich das sowieso nicht und mache jetzt hier auch diesen Podcast. Insofern, ja. Aber du solltest halt einfach schauen, dass wenn du irgendwelche Symptome hast, die neu sind, die du noch nicht kennst und je nachdem, wie gefährlich die auch sind, wie akut, also Sehprobleme bitte ganz schnell melden. Bei anderen Sachen ist es sicherlich nicht so dramatisch. Depressionen natürlich, wenn du merkst, du rutschst irgendwie in eine Depression ab, dann solltest du dich auch an deinen Neurologen wenden und dann auch irgendwie Hilfe suchen, sei es durch Medikamente, sei es durch einen Psychologen. Aber ja, je nach Symptom musst du halt gucken. Und bitte, bitte denk auch dran, kein MS-Patient hat alle Symptome, glaube ich nicht. Also die meisten werden ein paar der Symptome in ihrem Leben haben. Wenn es blöd läuft, hat man vielleicht ein paar mehr, okay. Aber mit Sicherheit hat keiner irgendwie alle, oder die wenigsten werden alle Symptome haben. Keiner ist vielleicht auch falsch, aber die wenigsten werden alle Symptome haben. Ich habe es ja bloß einmal genannt, damit du Bescheid weißt, egal ob du betroffen bist oder Angehöriger. Oder wenn es dich einfach interessiert, weil du eben jemanden hast, jemanden im Bekanntenkreis und einfach wissen willst, okay, kann das sein, sieht mir so betrunken aus, riecht aber gar nicht nach Alkohol. Ja, es kann sein, dass es Koordinationsstörungen sind. Das kann halt einfach bei jemandem mit MS sein und dann bitte nicht beschimpfen und bitte nicht mit Vorurteilen irgendwie anfangen, dass derjenige tagsüber trinkt. Nein, kann einfach ein Koordinationsproblem durch die MS sein. Ja, und dann geht es beim nächsten Mal wieder ganz positiv und fröhlich weiter. Und wie gesagt, bitte lasst dich davon nicht runterziehen, ist mir rein informativ gemeint. Und dann wünsche ich dir beste Gesundheit, sei fröhlich, sei vergnügt, hab einen schönen Tag, bis bald, deine Nele. Tschüss! Das war MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast von und mit Nele Hanswerker. Wenn dich mein bisheriger Weg mit der Multiple Sklerose genauer interessiert, dann empfehle ich dir mein Buch mit dem Titel Multiple Sklerose – Keine Angst, ein 15-jähriger Erfahrungsbericht. Vielleicht hast du auch Interesse an meinen Kinderbüchern. Ich habe sie alle unter meinem Namen Nele Hanswerker veröffentlicht. Du kannst jedes Buch mit persönlicher Widmung von mir direkt bekommen oder du bestellst es in einer Buchhandlung deiner Wahl bzw. im Onlinehandel.